Bei LaserLiner gestalten wir Nachhaltigkeit aktiv. In den Bereichen Produktion, Verpackung, Logistik und Service setzen wir auf umweltbewusstes und verantwortungsvolles Handeln. Schon heute bestehen die Gehäuse vieler unserer Produkte zu 95 Prozent aus hochwertigem recyceltem Kunststoff. So reduzieren wir den Energieverbrauch erheblich. Ein Großteil unserer Geräte wird in neuen, verkleinerten Verpackungen ausgeliefert. Diese Verpackungen sind 100 Prozent plastikfrei, zu 75 Prozent aus Altpapier und mit mineralölfreier Druckfarbe bedruckt. Das macht den Transport effizienter und CO2-ärmer. Reparieren statt wegwerfen, das ist unser Motto. Mit unserer vierjährigen Garantie und der neuen Servicewerkstatt bieten wir schnellen und umfassenden Reparaturservice. Nach der Reparatur testen, kalibrieren und versenden wir ihr Gerät in wiederverwendeten Kartonagen. Unsere neue Firmenzentrale wurde nach den aktuellsten Energiestandards errichtet und verbraucht 45 Prozent weniger Primärenergie. Als DIN ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen und SEDEX-Mitglied garantieren wir höchste Qualität, Transparenz und kontinuierliche Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Besuchen Sie uns vor Ort und erfahren Sie mehr über Laserliner. Wir investieren in eine grüne Zukunft und stärken den Wirtschaftsstandort Sauerland. Laserliner – wir reduzieren den ökologischen Fußabdruck.